In den heutigen Vivi-News schauen wir uns heute wieder die Drop-Details an für den kommenden Rambo-NFT-Drop. Unter anderem haben wir einen weiteren NFT-Drop und zwar nämlich Harwood the Duck. Dort schauen wir uns unter anderem auch die Drop-Details an und wann das Ganze überhaupt droppt. Und wir gehen darauf ein, warum ist der Bitcoin wie auch die anderen traditionellen Märkte gerade so am crashen. Das sind sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein Vivi-Uji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt rein ins Video, denn es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle erstmal mit dem positiven Teil und zwar nämlich dem nächsten Rambo-NFT-Drop. Und der wird nämlich heute um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden und wir werden hier insgesamt nur ein Collectable sehen. Dementsprechend kein Blindbox oder sowas und wir werden hier im Prinzip einmal dieses Collectable sehen. Animiert mit Sound, finde ich auf jeden Fall an dieser Stelle eine coole Idee. Das Ganze ist außerdem eine Ultra-Rare und wird an dieser Stelle einen Listenpreis von 60 Gems haben. Außerdem eine Edition von 2400 Stück und natürlich wie immer auch eine First Appearance sein, da wir diesen Charakter noch nicht auf der Blockchain im Allgemeinen haben. Lizenziert jedenfalls nicht. Und ja, für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Job, den ich nicht mitnehmen werde, weil ich denke, dass der erstmal wahrscheinlich nicht ausverkauft sein wird oder dann unter Droppreis landen wird auf dem Marketplace. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung. Nimmst du den ganzen Job mit oder nicht? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Was außerdem sehr positiv ist, das Ganze wurde sogar hier nochmal angekündigt von der offiziellen Twitter-Seite von Rambo und das ist gar nicht mal so schlecht. Mit 15.000 Followern könnte es auf jeden Fall hier auch den einen oder anderen Rambo-Fan auf die App ziehen und natürlich hier einen positiven Einfluss auf das User-Wachstum haben. Anschließend schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Job an und ich würde sagen, dafür klären wir erstmal, wer ist dieser Harward the Duck überhaupt? Ich persönlich kannte ihn nämlich überhaupt nicht, deswegen schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Harward, ein tierischer Held, Original-Tewit Harward the Duck, ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Filmkomödie aus dem Jahre 1986, also schon ganz schön lange her, die auf der Marvel-Comic-Figur Harward the Duck von Steve Gerber basiert. Produziert wurde der Film außerdem von George Lucas und Regie führte Walad Hujak. Ich kann ihn leider nicht aussprechen, also wie ihr seht, im Prinzip ist es hier eine Science-Fiction-Komödie. Ich persönlich kannte es noch nicht und ich glaube auch nicht, dass dieser Charakter allzu beliebt ist. Vielleicht aus den älteren Generationen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr aus dieser Zeit seid, ob ihr diesen Charakter kennt oder auch nicht. Auf jeden Fall wird der ganze Job hier am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden, natürlich im Blindbox-Format, weil wir es hier mit zwei Collectibles zu tun haben. Einmal sehen wir hier das Ganze mit einer Ultra Rare und das Ganze wird einen Listenpreis pro Blindbox von 50 Gems haben, außerdem eine Editionzahl an dieser Stelle für die Ultra Rare von 1.973 Stück und wird natürlich eine First Appearance sein. Außerdem haben wir dann als nächstes hier noch eine Secret Rare und das Ganze wird nur eine Editionzahl von gerade mal 650 Stück haben. Der Listenpreis bleibt natürlich an dieser Stelle gleich und die First Appearance bleibt hier auch gleich. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Drop, den ich skippen werde, einfach aufgrund dessen, weil wir es hier nicht mal mit Animationen zu tun haben und meiner Meinung nach jedenfalls subjektiven Meinung mit keinem interessanten Charakter, den man definitiv haben sollte. Für den aber, der daran interessiert ist und den ganzen Drop mitmacht, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wer da alles doch mitmacht. Eine sehr positive Entwicklung gibt es außerdem mittlerweile auch bei den anderen NFT-Communities, denn hier zum Beispiel auch Gollum's Gems haben hier ein Video veröffentlicht bzw. einen Post gemacht zu Vivi und das ist auf jeden Fall relativ positiv, denn es ist nochmal eine ganz andere Ecke von NFTs und von einer anderen Community und das ist natürlich generell erstmal sehr, sehr gut, wenn man hier andere Krypto-Communities bzw. NFT-Communities mit auch auf Vivi aufmerksam macht bzw. zeigt, was das überhaupt ist. Die Kommentare unter dem Post waren auf jeden Fall auf Twitter auch gar nicht mal so schlecht von den Leuten, die das Ganze noch nicht kannten und dementsprechend sehe ich auf jeden Fall hier auch eine sehr positive Entwicklung, dass man einfach versucht, mehr Leute aus dem NFT-Space auf Vivi zu bringen. Meiner Meinung nach klappt das bis jetzt relativ erfolgreich. Ja und ansonsten kommen wir mal zu dem Thema, warum sind denn momentan die meisten Märkte am Crashen und das hat wirklich einen sehr besorgniserregenden Grund, denn es ist mittlerweile so, dass durch verschiedene Dinge bzw. verschiedene Prozesse jetzt Banken in die Bredouille kommen. Fangen wir doch erstmal ganz kurz an. Womit hat das Ganze angefangen? Eigentlich mit der Silvergate Bank, dann ist jetzt im Prinzip nachgezogen auch noch die Silicon Valley Bank und Credit Suisse haben unter anderem auch Probleme. Die Silvergate Bank schließt momentan ihre Pforten und auch die Silicon Valley Bank ist tatsächlich nicht mehr solvent und das ist wirklich ein riesiges Problem, denn die Silicon Valley Bank ist wirklich auch mit einer der größten Banken in den USA und das könnte einen Domino-Effekt haben, was dann andere Banken betrifft. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier einmal die Daten von TradingView, die Silicon Valley Bank hier gestern mit 61%, jetzt sogar glaube ich bei 80% im Minus. Also das ist schon ein ordentlicher Preisjob von der Aktie und auch mit vielen, vielen anderen Aktien ist es hier bergab gegangen, die im Bankenwesen unterwegs sind. Ihr seht hier wirklich 15 bis 60% hoch, das sind ordentliche Zahlen und das hat natürlich auch dann einen riesigen Einfluss auf die Bank selber und kann dazu führen, dass die Bank irgendwie nicht mehr genug Liquidität hat und dementsprechend dann ihre Pforten schließen muss. Und das könnte ein Szenario wie 2008 werden, beziehungsweise ähnlich werden und ein möglicher Grund, weswegen das gerade alles passiert, könnten die steigenden, beziehungsweise zu schnell gestiegenen Zinsen sein. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was ist denn jetzt überhaupt preislich hier passiert. Momentan lang sind wir in der Welt beim Bitcoin gerade mal kurz über den 20.000 US-Dollar mit gerade 2,1% im Plus. Das ist aber, wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier mit dem Preisjob gar nichts. Also wir sind hier wirklich von 23.000 jetzt auf 20.000, teilweise unter 20.000 runtergedroppt und wie ihr seht, das ist im Prinzip nicht wirklich relevant an dieser Stelle. Was aber tatsächlich relevant sind, sind andere Zahlen und zwar nämlich vom Arbeitsmarkt. Denn hier sind wir momentan bei 3,6% Arbeitslosenquote. Erwartet waren 3,4%. Das ist tendenziell erstmal eine sehr gute Entwicklung. Der andere wird jetzt sagen, hey Cap, was soll da eine gute Entwicklung sein? Ja, das ist eine gute Entwicklung, weil wir damit nämlich dann immer näher zu dem Ziel kommen, dass wenn die Arbeitslosenquote hoch ist, dann muss die Fed irgendwann auch die Zinsen cutten. Und das ist ja das, was wir eigentlich rund haben wollen. Und weil dann können wir nämlich auch mit Aufwärtsbewegungen in den traditionellen Märkten beziehungsweise auch im Kryptomarkt sehen, da dann einfach wieder Geld billiger wird. Denn momentan ist das Geld einfach teuer mit den Zinsen, die gezahlt werden müssen. Und dementsprechend ist es deutlich unattraktiver, sich momentan Geld zu leihen, als wenn man natürlich mit günstigen Zinsen sich Geld leiht. Dementsprechend ist es auf jeden Fall momentan eine extrem spannende Entwicklung, die man definitiv verfolgen sollte. Es gibt einige Kanäle, die da sehr, sehr gut meiner Meinung nach und auch relativ schnell drüber berichten. Bei mir ist es jetzt wirklich heute einfach nur so ein Side-Note gewesen, da meiner Meinung nach ihr da auf jeden Fall auch Bescheid wissen solltet. Auf diesem Kanal, auch wenn es nicht so direkt unbedingt was mit VIVI zu tun wird, aber halt mit dem OMI-Token. Und dort schauen wir uns jetzt auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz an, wo könnte es hier hingehen im Worst Case. Ja, wir sind jetzt gerade hier tatsächlich schon einmal im Chart. Und wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz hier anschauen, wir haben hier diese sehr wichtige Trendlinie, die wir die letzten Monate hier verfolgt haben, haben wir jetzt gebrochen und testen hier gerade die sehr wichtige Support bei 0,0875 an. Sollten wir diese nicht halten, dann sehe ich den OMI-Token hier auf jeden Fall bei den Leveln von 0,0075 oder tiefer. Sollten wir wirklich einen Banklauf bekommen und ein ähnliches Szenario wie 2008, dann sehe ich den Token wirklich deutlich weiter unten. Also hier wirklich, ich möchte euch hier möglichst keine Angst machen, aber es sieht momentan wirklich nicht gut aus. Ich persönlich verkaufe auch nichts. Ich warte einfach ab momentan, was erstmal jetzt hier passiert. Sollte der Kurs weiter nach oben korrigieren, freue ich mich natürlich, falls er doch weiter abfallen sollte. Und wir wirklich einen Bank-Crash sehen sollten, dann werde ich definitiv am möglichsten Bottom natürlich nachkaufen. Aber das sind auf jeden Fall die Daten, die ich hier mit euch teilen kann. Wie gesagt, also Worst Case wären für mich hier wirklich dann die 0,005, die wir anlaufen könnten. Aber wie gesagt, das ist wirklich einfach nur Worst Case, falls das ganze Bankenwesen hier wirklich so sehr durchgeschüttelt werden sollte, dass hier an dieser Stelle auch die Risiko-Assets teilweise abgestoßen werden. Ja und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf den Beris, ich bitte dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen und Mittagernabend. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.